Pindamajurasana ist die kompakte Pfaustellung oder auch die Pfaustellung, die geballte Pfaustellung. Zunächst gib die Hände auf den Boden wie Kakasana, strecke die Beine aus, eins nach vorn und eins nach hinten, ähnlich wie im Spagat. Gib das vordere Bein auf den Oberarm und strecke das hintere Bein nach hinten aus. Schau dir an, wie es Fabian macht und so kannst du es am besten üben. Pindamajurasana ist eine der Variationen von Majurasana, dem Pfau. Alle Variationen findest du auf yoga-vidya.de, wie auch in der Yoga-Vidya-App, Stichwort Pfau oder auch Majurasana.